Was geht ab? Hier ist Steger und Steger. Heute schauen wir uns mal 40 Like-Up-Boss-Momente an, die du niemals glauben wirst. Wenn es euch gefällt, lass einen Daumen nach oben, das schaffen wir auf dem Video heute 897 Likes, man. Diese Tricks sind so unglaublich. Es scheint, als ob diese Leute Superpowers haben. Aber Glück spielt seinen Part. Yo! Wir sind bereit, zu beginnen und wir hoffen, dass du nur so bereit bist, zu sehen. Was? Bro. Was ist das Can-Doing-There? Yo! Aus 12.000 Fuß, also aus, weiß ich nicht, 8.000, 9.000 Metern sowas, glaube ich. Ist ja gesprungen. 140 kmh, junge Strike-Baby. Boom! Wow! Yo! Und hier ist ein Slam-Dunk, Canadian-Style. Junge, wieder reinbrettert. Alter Schwede, guck mal diese Bucht an. This boy is doing some absolutely incredible things. Nein! Wie? Wie? Da, Bro, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wahrscheinlich geplant, oder? Wahrscheinlich geplant. Nein! Nein, nein, nein. Was? Bro, bei solchen Clips, da muss doch der Deckel schon gelockert sein, oder? Das ist doch nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nein, Bro, das ist nicht möglich. Dinger, die Clips sind so krank. Ich sehe die, aber ich glaube denen nicht, dass ich die sehe. Wahnsinn. Wahnsinn, Bro, das ist auch Talent pur. Imagine. Alter. Der kommt ja nie wieder raus. Imagine, Bro, der sitzt da oben drin, macht seine Challenge, auf einmal fällt ihm ein. Bruder, ich muss kacken. Alter, verdammt nochmal. Jungs, geht da unten weg, Mann. Mayday, Alter. This is my favorite moment. Was? Der hat das Sushi auf dem Ball liegen gehabt. Wow. Ja. Das war geplant, Bro, das war fake. Usually Paul Bogba has great control of the ball, but not today. Klaus. Was? Bruder. Das habe ich auch mal gemacht. Das habe ich auch mal gemacht, aber ich durfte da nicht so richtig fliegen. Boah. Ja, gestört, Digga, gestört. Wenn der jetzt irgendein... Alter, ja, ein Opa? Was? Bro, dieser Opa hat besseres Kreuz, bessere Muskulatur als ich. Wenn ich das gemacht hätte, als hätte... Oh, Jungs, Mann. Mein Rücken, es fühlt sich irgendwie nicht mehr so gut an, Mann, Alter. Wisst ihr aber, was sich gut anfühlt? Wenn dieser Abonnieren-Button noch rot leuchtet. Jetzt draufklicken. Jeden Tag neues Video. Werdet Teil der besten Gang auf YouTube, Mann. Wir kommen, wir zerstören alles. Werdet Teil... Die stinkende Stinker-Gang. Auf geht's, Boys and Girls. Oder krank, Alter. Was die alle für Tricks machen. Das ist, wie du einen Forklift fahren. Der macht den Drift, Bro. Check out, what this guy can do on water. When many people struggle to do push-ups on the floor. Wie geht so was? Wie ist so was möglich, Junge? I don't know how many tries it took to capture this moment. But you've got to agree, it looks impressive. Jetzt schauen wir mal. Wow. Wahnsinn, Wahnsinn. Digga, das ist doch nicht möglich. Was? Was? Wie oft er sein Handy da daneben gehauen haben muss. Digga. Wahnsinn. 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 And this is the 100-millionth-method of solving a Rubik's Cube. Bro. Wow. Wow. Wie viele Steine sind das bitte? Oh, oh, oh. Bro, jetzt kommt der Dank. Digga. What? Er hat ihn zerstört. Bro, imagine, du wirst von einem OP zerstört. Bro. Bro. What do you think? Is this fake or not? Digga, das ist schon möglich. Doch, das ist möglich. Das ist möglich. Das kann echt sein. Das geht wirklich. Das können manche Leute. Das ist möglich. Oh, hey, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Das check ich nicht. Okay, Bro. Er macht ihn in den Rucksack rein. Pass auf. Digga, no way. Nein. Ja, okay, das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Hä? Digga, wenn er jetzt das... Hä? Wie hat er das gemacht? Bro. Oh, wow. Junge. Alter. Bruder, imagine, du fährst so mit deinem Lambo und da passiert das. Oh mein Gott, Bro, der zerkratzt dir alles. Alter, imagine, der setzt sich auf den Lambo oder so. Digga, der kommt einfach mit. Der ist Jungs, wo gehen wir heute? Wie lange muss er dafür geübt haben? Bro, what? Digga, Taube, du bist doch auch nicht mehr, Alter. Eine Woche Hausarrest für dich, Alter. Shepards gleich. Was für Laika Boss, Junge. Bro, wie ist das denn möglich? And this is Rocket League in real life. Rocket League im echten Leben. Wow. This girl can walk underwater, upside down. Wow. Alter, ist das krank. Du brauchst eine Sportwagen, wenn du einen Traktor hast oder so. Digga, ja, Halsfuder. 500 PS, gib ihm. Hä? Ah, okay, das war ein gewollter Clip. Ich dachte mir schon so, hä. Und genau das ist, was diese Mädchen schießt. Bro. Sie hat dieses andere Call of Duty in ihrer Kindheit gespielt. Dieses Next Level Call of Duty. Bro. Wow. Wow. Und das ist ein Bonus. Ja, gut. Bei dem Clip hat uns allen das Talent am besten gefallen. Da muss ich sagen, das Talent war extrem krank. Sehr heftiger Clip. Extrem geisteskrankes Talent. Also Wahnsinn, dass der da mit drin war. Wahnsinn. Verdient. Bro, war der... Alter, war der knapp am Boden vorbei. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Was macht die jetzt? Wow. Imagine, das machst du im echten Game. Er spaltet den Zettel. Dass das überhaupt möglich ist, Junge. Dass das möglich ist. Wow. Wow. Einfach nur wow. Was? Krass. Mich würde es interessieren, wie lange braucht man, um so ein Talent zu... So... Wie öff... Wie öff... Wie öff... Wie öff... Wie öff... Verdammt doch mal, Alter. Um so einen kranken Shot hinzulegen, ey. Locker ein paar Jahre, oder? Locker... Oh, oh. Das wollte ich nicht. Ups. Locker ein paar Jahre, oder? Aber dann ist es der mitkommen. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir. Wenn es am besten ist, soll man stoppen. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Geistkranke Clips. Like a Boss Momente. Leider waren ein bisschen zu wenig Clips vom YouTuber Marky mit drin. Da hätte ich mich jetzt echt drüber gefreut, weil der ist ein absoluter... Also Wahnsinn, was der für geile Clips macht. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Okay, schaltet jetzt bitte ab. Geht ins Bett. Kommt nie wieder zurück. Auf Wiedersehen. Komm, hau ab. Komm, hau ab. Komm, hau ab. Komm, hau ab. Komm, hau ab.